Mit 1. März fallen in Wien die Masken, zumindest in den öffentlichen Verkehrsmitteln und da auch in den Bussen. In den Bussen gibt es auch eine zweite Regelung, die mit 1. März endet. Die ist bereits am 12. März 2020 eingeführt worden, also gilt bald drei Jahre. Und zwar, dass in älteren Straßenbahngarnituren, wo der Fahrer nicht vom Fahrgastraum getrennt ist, und auch in Bussen die vordere Tür wieder geöffnet wird. Etwas, das viele Fahrgäste der Wiener Linien ziemlich genervt hat, denn oft haben sich Leute vorne hingestellt, den Knopf gedrückt und als dann in der Station die Tür nicht aufgegangen ist, mussten sie sich durch unzählige andere Fahrgäste durchwurschteln, um dann doch noch beim hinteren Ausgang rauszukommen. Und oft genug ist es passiert, dass da der Bus schon weitergefahren ist. Damit hat es jetzt ab 1. März endgültig ein Ende. Die Regelung, die endet, Gott sei Dank.